Jo, hi! Zurück zu Little Nightmares. Ich glaube, wir sind hier noch in so einem Lagerraum. Hm. Ich will hier nicht runterjumpen. Was können wir machen? Wir können das Ding vielleicht runterschieben, oder? Das wäre natürlich eine Idee. Oder? Ja, komm. Push it! Ja, geht. Puh! Was kommt hoch? Meine Schlinge! Okay. Okay, ich muss da ran springen, oder? Oh. Das ist so viel Weg wie diese Kiste. Das glaube ich ja mal nicht. Okay. Schwing? Nö. Doch, vielleicht doch. Okay, ich kann loslassen. Soll ich? Ich lass los. Jetzt knöpst du auf mich drauf. Nee, tut's nicht. Okay. Oh. Ah, Licht anmachen. Okay, da oben wollen wir wahrscheinlich rein, ne? Weil die lassen mich hier nicht raus. Oder doch? Okay, hier geht's schon weiter. Äh, das hört sich schon wieder so an wie... ...Glut-Egel-Dreck. Ekelhaft, wusste ich doch. Scheiße. Oder reagieren die auf Licht? Das kann natürlich auch sein, ne? Ja, die reagieren auf Licht. Okay. Lass mich zufrieden, oder? Die kommen bestimmt nicht mit in den nächsten Raum. Okay, das kennen wir doch schon mit so einer Kiste hier. Okay, Strom ist aber nicht an, ne? Ja, okay. Da kann ich irgendwie rauf, oder? Nee. Aber es sieht aus, als könnte ich da hochkrabbeln. Oh, und ein Scanner, oder? Alter. So, das Ding fährt immer hin und her. Gut. Nicht so bedrohlich, aber das Auge ist trotzdem da. Ja. Geil, soll ich mit dem Ding rüberfahren, oder was? Bist du mal schneller? Mhm. Also. Schneller. Schneller. Shitty. Oh, ist das brutzeln dir einer weg, oder was? Okay. Nicht drauf gehen. Top, 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 top. Okay, hier sind wir schon mal angekommen. Schub, 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 schub. Uh. Oh, geschafft. Sehr gut. Äh, ja. Ein bisschen da rauf. Und da rauf. Oh, Glück gehabt. Du hast den Stütz ab, jetzt, ne? Genau. Okay. Glück gehabt. Flup. Ah, war ja klar. Shit. So, jetzt ist es hier sehr, sehr groß und sehr, sehr dunkel. Irgend so ein Lagerraum, oder was? Oh, hier geht eine Tür auf. Ich geh mal kurz zurück. Das sind so ein paar kleine Mäuschen. Ich mach mal kurz das Licht aus. Tap, 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 tap. Was ist los mit euch? Sonst haut ihr immer gleich ab. Tun jetzt auch. Okay. Okay, durch den Lagerraum durch und jetzt, na gut, wir gehen jetzt mit die Treppe rauf. Tap, tap, tap. Okay, da können wir rein, aber ich möchte erstmal gucken, was nochmal da oben ist. Oh, geht immer weiter hoch. Ähm, ja. Wow. Okay, können wir hiermit irgendwas machen? Hüpf. Das hab ich schon mal probiert, ne? Geht einfach nicht. Es sei denn, man krabbelt da hinten rauf. Das könnte dann vielleicht gehen. Und hier oben ist auch noch voll fies. Oh, will ich da erst reingucken? Ich glaube nicht. Oder? Nein, ich gehe erstmal da oben. Okay, mach mal Feuer an. Ich will mal gucken, ob man da an dieses Rad rankommt, ne? Weil das interessiert mich ja schon mal irgendwie. Flupp. Also nicht. Aber vielleicht ohne Dose. Ja. Ne. So, hier kommen wir ran, zumindest mal. Hey. Ich dachte, ich komme da ran. Oh, 1000 Dosen. Moment. Hm. Nein, nicht die ganzen Dosen nehmen. Komm. Kick it. Okay. So, hier kann ich rauf und dann da rüber springen vielleicht. Ja, aber es hilft nix, ne? Nö, aber man kann super klimmdich übermachen. Ja, C. Okay, bringt nix. Also, wir gehen runter. Tup, 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 tup. Oh, es geht an. Ach so. Moment, da kam ich ja her. Wir sind so enthusiastisch. So, was haben wir jetzt hier? Einen Stuhl. Komm, hier ist Licht an. Das muss uns reichen. Lampe, pipapo. Irgendwelche komischen... Ey, wo wird's hin? Tup, 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 tup. Okay, er rennt da durch. Will ich gleich hinterher. Ich weiß nicht. Mit dem Stuhl. Kann ich natürlich irgendwo hinschieben. Aber ich will wahrscheinlich... Keine Ahnung, ob ich das überhaupt will. Oh. Okay, verstanden. Ja, dann kann er da auch bleiben. Aber, vielleicht kann ich ja hier noch was machen. Komm, zieh dich hoch. Soll ich mal gucken, ob ich da hochkrabbeln kann? Das sieht ja so aus, ne? Oh. Gute Idee, aber... Ist nicht. Hier vielleicht? Ja. Achso, nein. Hochspringen. Spring. Na gut, dann ziehen wir's nochmal... Achso, geht doch rauf. Aber dann geht's nicht weiter, oder was? Nee, komm. Da oben, da oben Regal und dann hier irgendwie rüber. Aber schockt ja irgendwie nicht, ne? Dann bin ich wieder auf dem Schreibtisch. Bring wohl nix. Und das Ding hier, als ich hier raufkrabbe... ...krabbeln. Ach, komm. Nee, zieh mal. Zieh mal. Ja. Okay. Und die hier... Geht nicht. Und die drüber... Nein, bleib mal, bleib mal. Lass mal, lass mal. Dann... Ach, komm. Zieh raus. Rausspringen. Nee, hier komm ich nicht weiter. Also, das Ding hält das und ich kann hier durch... Guck ich mal, wo der Kleine hingelaufen ist. Hüpf. Okay. So, dann die... Das Ding hier rein. Krieg ich das auf? Nö. Aber das ist doch ein Knopf da, oder? Komm. Oh shit. Ja, da war ich drin vorhin, ne? Mit den Kindern. Ganz viele kleine Zwerge. Mit ner Kerze. Okay. Ein Lagerraum mit so'n Typen, der da irgendwie pennt, oder? Na, das wird ja super. Das kennen wir irgendwie Treppe. Na, Treppe kennen wir nicht. Okay. Jemand vor so'n zerbrochenen Spiegel mit so'n Figuren davor. Aha. So'n eine Figur ist auf jeden Fall da. Okay. Alles gesehen. Gut. Wo ist der kleine Vogel hingerannt? Hier. Shit. Noch'n Stuhl. Okay. Brauch' ich den für irgendwas? Ach, da ist er ja. Hey. Was machst du hier? Rannter den raus. Okay. Jetzt ist er wieder rausgerannt. Bleib hier, du Vogel. Wieso hängt der weg? Er ist nicht komplett hier rausgerannt, oder? Na ja, gut. Komm, ist egal. Glaub ich zumindest, dass es egal ist. Aber irgendwie hat er hier was gemacht, oder? Oder ist das egal? Sei es egal. Tapp, tapp, tapp. War hier irgendwie drin, ne? Kann ich da reinkrabbeln? Ne. So, wieder ein Stuhl, den ich jetzt hier irgendwie wahrscheinlich brauche, oder? Setzen wir mal da hin. Noch'n bisschen ranschieben. Mal weiter rauf. Los! Ach, shit. Ich hätte jetzt natürlich clever gedacht, dass da irgendwie ein Mechanismus ist. Wo ist denn der hingerannt? Der hat sich doch hier einfach irgendwie verkrümelt. Ja, hier nicht. Ich glaube, man kommt hier rein. Oder hier? Was hab ich denn übersehen? Ich raff's nicht. Das Stuhl ist natürlich sehr nice, aber... Wahrscheinlich für diese Tür. Ich guck jetzt noch mal, komm ich da einfach so durch vielleicht? Will ich einfach total Halligalli machen? Ne. Ach so, einfach ist es nicht. Ja, da rüber springen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... ...nochmal das Knöpfchen drücken. So. Ne. Darf ich den in der Markt doch? Lass mich doch jetzt noch mal das Knöpfchen drücken hier. Oh. Hm. Wo ist denn der kleine Vogel hingerannt? Ich raff's nicht. Muss ja auch irgendwie abgehauen sein. Ach, da ist er. Okay, alles klar. Okay, die zeigen mir dann doch den Weg. Also, die sind hilfreich. Tap, tap, tap. Der ist jetzt noch nicht so schnell da hochgerannt. Also, was willst du? Hier rauf, oder was? Kumpel, was willst du mir mitteilen? Mal probieren, hier rauf zu kommen, oder was? Soll ich dein Ernst? Doch, das ist dein Ernst. Ach du Scheiße. Du meinst, ich kann hier hochkrabbeln? Ne, ich mein das nicht. Okay, komm, dann laufen wir mal weiter hoch. Oh, da ist auf jeden Fall ein anderer kleiner Vogel. Wo ist der hingerannt? Hä, hier irgendwie durch. Hallo, hallo. Komm ich noch nicht so durch, oder? Doch, wenn ich drücke. Okay, wo ist denn der hin? Schloss mit Schlüssel. Aber wo ist der hingelaufen? Der kann irgendwo überall hinlaufen. Ich muss hier mal hinterher rennen. Pantoffel, Pantoffel. So, was haben wir hier? Mal den Kasten hierher ziehen. Und den Koffer. Schleifspuren. Okay. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh. Oh, irgendwie rödelt das jetzt hier irgendwie. Aha, da liegt ein Schlüssel. Alles klar. Weil diese kleinen Männchen-Bilder. So, tot. Nee, doch nicht. Okay. Haben wir noch? Toilette. Keine Ahnung. Nö. Äh, warte mal. Kannst auch so runterfallen, oder? Ja. Take it. Ja, geht auch. Und du hinterher. Was ist jetzt ihm gefallen? Da. Flup. Muss ich denn noch aufwerfen, oder was? Ja. Pling. Okay, das kann ich mitnehmen. Oh, push it. So, ist dieser Raum wirklich nur dazu da, hier rumzuhängen, oder was? Mach mal Licht an. Nicht so viel los, ne? So, Toilette, Pantoffeln, alles klar. Hier habe ich auch noch einen Koffer. Den brauche ich aber, um da kommt einer wieder rauf. Nee, nee. Nee, zurück kommt man also nicht. Und hier rauf und da rüber. Was bringt das? Da hängt hier auch noch einer. Nee, das sind nur die Klamotten, ne? Kann man hier rauf? Aber ich glaube es ja nicht, ne? Nee, ich will jetzt eigentlich nicht raufgehen. Nee, ich will nicht raufgehen. Ja, komm. Schön wieder runtergehen. Jetzt können wir fallen. Okay, gut. Dann laufe ich trotzdem da hinten weiter. Okay. Ein kleines Äffchen. Das fängt jetzt an zu klappern, dann kriege ich Ärger. Nee. Das ist ein Knopf. Das ist ein Knopf. Jetzt fängt das Äffchen an zu klappern. Was passiert? Aber ich kann mich hier auch... Ich kann ja eigentlich nicht rausnehmen. Da kann ich hier auch die Tür in die Richtung pushen. Nee. Aber ziehen? Lassen sie mich nicht. Okay. Was ist das ein Aufzug? So eine Art Lastenaufzug oder was? Ach, Äffchen. Ich brauch dich noch. Kick it. Okay, was haben wir hier? Alte Schuhe. Ich krammle dich erstmal da rein, oder? Pling. Da geht's auf. Okay. Okay. Oh, wieder eine Ratte. Oh, schon wieder... Oh. Husten oder... Probleme? Ich hab Hunger wieder, oder? Ah ja, Hunger. Oh, übelst am Schnaufen. Komm, du schaffst das noch. Wir finden irgendwas für dich. Okay, mit den Ratten muss ich mir wohl das Fleisch da teilen. Ja, aber es ist eine Falle, ne? Ja, ich brauch das aber. Weiß nicht, ob man irgendwann auch stirbt. Komm raus. Wieder raus. Äh, raus. Raus da. War klar, es war klar. So lange, eklige Hände. Oh, tausend solche kleinen Kinderchen eingefahren, oder was? Ah, okay, das sieht irgendwie nach Rettung aus, der Hebel da. Ähm, machen wir aber beim nächsten Mal erst, okay? Also, bis dann, ciao. 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 Ciao.